So, willkommen zurück zu Let's Replay Crash of the Titans Ich habe mich gerade spontan entschlossen, euch es doch nochmal zu zeigen Weil wir die Episode ja noch nicht oft genug gesehen haben Ja, ich habe jetzt zwei Durchläufe glaube ich nochmal gemacht Bei dem einen bin ich dann kurz vorm Ziel abgekackt Ja, das war übrigens tatsächlich das Ziel Wie ihr sicherlich gesehen habt am Ende Wenn ich das alles ordentlich geschnitten habe Auf jeden Fall, wo bin ich gescheitert? Ich bin daran gescheitert, dass ich echt den Combo-König nicht bekommen habe Am Ende kommen so viele Handlanger wie man will Selbst wenn man den letzten hier Typen geschrottet hat Das heißt, ich hätte den vorhin echt umbringen können Da, wo ich beim ersten Mal gefeckt bin am Ziel Und alles wäre gut gewesen Da hatte ich nämlich den Combo-König schon Aber den Handlanger-König halt noch nicht Den hätte ich noch bekommen Gerade hatte ich beides nicht Handlanger-König und Combo-König Den Combo-König habe ich nicht immer bekommen Weil die Voodohasis einfach zu asozial waren Und die ganze Angriffen haben Ja, kurzum, ich darf jetzt also alles neu machen Aber diesmal habe ich dieses verschissene Kämpfler-Kostüm Und genau deswegen möchte ich es nochmal zeigen Vergeltung Ich will mich an diesen Typen jetzt so dermaßen rächen Ich hoffe, das klappt ganz gut diesmal Wie gesagt, das Ratzappen-Kostüm war jetzt nicht so effizient Wie ich mir das teilweise erhofft habe Nichtsdestotrotz möchte ich euch nochmal zeigen Wie ich mich jetzt mit diesem Kostüm an diesen Wichsern räche Dieses Kostüm wird auch die elementare Basis Für den Uka-Uka-Kampf bilden Da bin ich mir schon mal sicher Also das werde ich auf jeden Fall benutzen Vielleicht auch das Electric-Kostüm Aber ich tendiere tatsächlich erstmal zum Kämpfler-Kostüm Weil ich meiner Erinnerung nach Noch mit dem Kämpfler am besten zurecht kam In dem Kampf Es gab ja Electric-Ki und Kämpfler Zur Auswahl Und der Kämpfler konnte halt mit seinem Wind Die ziemlich gut in den Griff kriegen Oder den, besser gesagt Den Uka-Uka Kann er nämlich direkt beträuben Klappte auch nicht immer Aber es hat teilweise geklappt Und das war halt ausschlaggebend dafür Dass ich dann im Endeffekt immer den Kämpfler genommen habe Das war jetzt auch wieder richtig kacke Dass der runtergefallen ist, der Sack Weil ihr habt ja gesehen In einem meiner vorherigen Versuche Der schon jahrelang her ist wahrscheinlich Dass man die auch hier schon erledigen kann Da den Kombo-König erledigen kann Und das ist natürlich dann eine super Basis Weil, wie ich euch gerade mitgeteilt habe Vorhin habe ich es nicht geschafft Und das pisst mich immer noch an Weil das ist einfach so eine easy Sache Also was heißt easy Sache Die Dinger sind halt wirklich nervig Weil die mit ihren Blitzen arbeiten und sonst was Das sind wirklich richtig, richtig nervige Handlanger Wird jetzt halt langsam auch schwerer Durch die ganzen Episoden Also die Handlanger werden auch schwerer Das sieht man Feiere ich jetzt nicht unbedingt Aber gut, ist halt so Und dann unterbrechen die halt auch ganz gerne mal eine Kombo Oder, was mir natürlich immer noch passiert Dass ich dann irgendwie komisch in die Luft springe Beziehungsweise komisch lande Auf den Gegnern am besten doch Und die Kombo dann halt wegbricht Was ich nicht geil finde Da muss ich schon sagen Finde ich das Kombo-System In Herrscher der Mutanten doch irgendwie besser Dass das permanent ist Bis man getroffen wird Ich meine, das schließt natürlich jetzt nicht Das eine Szenario aus Dass sie mit ihren Blitzen da arbeiten Aber das schließt zumindest aus Dass ich irgendwie auf den Gegnern lande Und dadurch die Kombo weg geht Was eigentlich Ich würde mal sagen Schon mindestens noch 50% der Fälle ausmacht Weil getroffen werde ich eigentlich nicht so häufig Beziehungsweise bei den Voodoo-Hasies jetzt schon Aber vorher bei den ganzen Handlanger eigentlich nicht Weil die können eigentlich gar nicht so richtig treffen Okay Wenn jetzt zum Beispiel diese Ninja-Affen da Wie heißen die? Die Affen-Dinger da Wenn die jetzt explodieren Mit ihren Köpfen Wenn die da Dann okay Aber sonst An sich So, ich kann euch jetzt einfach so in den Arsch treten Also in der Theorie Super Klappt schon mal ganz gut So Taktik war Etwas Abstand nehmen Erstmal Dreieck Und dann Quadrat So Das ist die Taktik bei denen Ich könnte auch hier schon die Voodoo-Hasies Den Kombo-König machen und so Aber da sind mir die Kämpfer dann noch Ich sag mal So ein bisschen im Weg Kann man glaube ich schon so sagen Was das jetzt aber weiß ich nicht Aber der lässt sich trotzdem ganz gerne übernehmen Das freut mich Ich hätte auch ganz gerne so eine Lebensgrundlage Sag ich mal Also ich fände schon ganz Ganz knorke Wenn ich jetzt hier irgendwie so ein bisschen Auch ein paar Leben bekommen würde Durch Wumpa oder so Also durch Wumpa Durch Mojo Nicht durch Wumpa Durch Mojo Oh Gott Wumpa Münzen gibt's hier nicht Und Wumpa Früchte Ja, gibt's schon Aber Die bringen jetzt Na gut, die bringen Leben So gesehen schon Aber die bringen eher Energie Anstatt Leben Wenn man das jetzt noch differenzieren möchte Und das muss man eigentlich differenzieren Ach, da ist schon wieder ein Ein Kämpfer Den hab ich nicht gesehen Der kriegt jetzt erstmal die Schnauze Sollte er zumindest Hat er aber nicht Weil er ein Bastard ist Pisser Nicht mit mir Zumindest nicht jetzt Ich werd erstmal gucken Ob hier noch ein neuer Kämpfer Hier kommen doch bestimmt noch Kämpfer Natürlich kommen hier noch Kämpfer Was erwarte ich denn Dass noch Kämpfer kommen Ja Wie gesagt Super Muss ich erstmal wieder treffen Super Hat geklappt Und ich wurde auch nicht getroffen Weil ich noch im Angriff war Das war toll Also von dem Kämpfer hier Meine ich jetzt Ja komm Ist okay Mein Gott Was die immer so übertreiben müssen Was heißt immer Manchmal So random Was ziemlich unnötig ist So, perfekt Wall ist Erledigt Wir müssen jetzt aber aufpassen Wenn wir euch den Spyoward mitnehmen Ja Es interessiert mich nicht Dass du da bist Ich seh's doch Mein Gott Ich will den episch zerstören Weil ich sonst nichts zu tun hab Mit dem Ding So Die Scheiß Spyoward Echt Darf gerne in der Hölle schmoren Und wenn die mir jetzt wieder Ein Goldenes Ding da geben So ein Freipatschmasken Dann ist mir scheißegal Dann werd ich mich jetzt nicht beeilen Sondern werd alles so machen Wie ich mir das denke Ich weiß nicht Ob ich das reingeschnitten haben werde Aber ich hab hier auf jeden Fall Vorhin so ne Lustige kleine Situation gehabt Dass ich hier die Freipatschmaske Von dem einen Voodohasi bekommen hab Und dann Ja Bis da hinten Hingesprintet bin Und kurz vorher Ist mir natürlich der Satz ausgegangen Und das war dann alles Ein bisschen kacke Weil ich gegen diese Voodohasis Dann Ja Im Endeffekt verkackt hab Weil ich gegen die Gleichzeitig noch kämpfen musste Während ich gegen den Camper gekämpft hab Und dadurch Ist das halt alles ein bisschen eskaliert Sag ich mal Ach jetzt gibt der mir sogar Eine Freipatschmaske Das ist nett Aber ich hätte sowieso Den Freipatsch Für den gehabt insofern Eigentlich wumpe so Und jetzt wärs ganz Ganz wichtig Wenn wir die jetzt hier So ne Ihr wisst Bescheid Das wär ganz geil Wenn wir jetzt hier Den Combo können ich bekommen Können Ist möglich Durchaus möglich Und auch realistisch gerade Nein Nein Das ist so bitter Ich wollte das jetzt nicht unbedingt durchziehen Ich hätte auch noch warten können Weil ich mir gedacht hab Ah Es wird knapp Es wird sehr knapp Ne Aber ich hab mir gedacht Ja gut Das wird schon noch Es ist nur noch ein Treffer Und den bekomme ich natürlich nicht Das ist so lächerlich Wirklich Und daran kann es am Ende wieder scheitern Weil ich hier diesen einen Treffer Nicht bekommen hab Im letzten Mal hatte ich jetzt 31 von 35 Combo König Wo ich jetzt hier Silber bekommen hab Also wir können ja in der Theorie weiter Aber das will ich nicht Ich will hier jetzt Gold Ich will diese Episode nie wieder sehen Deswegen will ich das jetzt hier Auf jeden Fall Über die Bühne bringen Auf jeden Fall Vor allem weiß ich Dass es eigentlich gar nicht So ein weiter Weg mehr ist Ich weiß was ich tun muss Ich weiß wie ich was machen muss Also ich weiß wo ich den Combo König Am besten holen sollte Zum Beispiel da Sonst haben wir jetzt halt Wie gesagt auch noch da die Möglichkeit Ganz am Ende Also wirklich ganz am Ende Wenn alle Kämpfer besiegt sind Denn dann kommen Noch ein paar Wellen von Wudo Hasis Weil man Sonst nicht auf den Handlanger König kommt Und Erst wenn die alle tot sind Also wenn wir den Handlanger König haben Kommen auch keine Handlanger mehr Das war beim letzten Mal der Fall Und erst dann haben wir Offiziell den Combo König verkackt Wenn wir den bis dahin nicht haben Aber bis dahin haben wir halt Noch ein paar Versuche Den zu bekommen Und das ist ganz gut Und ich werde euch jetzt definitiv Nicht während Während noch Kämpfer da sind Versuchen hier irgendwie Den Handlanger König Äh den Combo König zu bekommen Ich bekomme ihn Wenn ich ihn bekomme Sonst nicht Super Jetzt haben wir auch noch den Freipatschmaske vergeudet Aber es ist egal Na jetzt bin ich tot Weil ich dumm bin Ich lebe Ich Ach So komm Aber ich kann ja halt Wieder freipatschen Das ist Kommst aus dem Gefängnis Vor allem So her damit Der andere ist auch direkt Paralysiert Weil er nicht geblockt hat Das ist natürlich toll Was macht der da Wartet der wir irgendwas Können wir grad mal ein bisschen zerstören Komm hier Ich hab noch genug Energie Mit meinem Super direkt der nächste Oh ach der Ich dachte eigentlich der andere Ist ja geil Es ist schon Sehr chillig mit einem Camplakostüm Wir haben drei Leben Sehr schön Also damit kann man auf jeden Fall Arbeiten würde ich sagen Das ist jetzt noch paralysiert davon Das ist gut Das ist echt gut Also das ist halt sehr sehr praktisch Jetzt natürlich Das einzige Problem ist jetzt halt Wirklich noch dieser scheiß Kombo König Den ich ja sogar schon mal hatte Das ist halt nervig Das den ich schon mal hatte Aber eben verkackt hat Also da hab ich dann verkackt Weil ich eben noch kein Camplakostüm hatte Komm Das ist eigentlich die Chance Jetzt hier abzuholen Jetzt sind Voodoo-Hases Jetzt ist noch der Typ da Das ist eigentlich die Chance Ja und dann mach ich wieder so ne Scheiße Beziehungsweise dann passiert mir wieder so ne Scheiße Weil das ist eigentlich absichtlich Und ich kann da vor allem mal nichts führen In meinen Augen Kommt her Kommt her Jawoll So Okay gut Ich wollte noch nichts riskieren So Jetzt kommen auch keine Kämpfer mehr So wie es aussieht Aber jetzt kommen halt noch Voodoo-Hases Und ähm Die kamen gerade so lange Bis der Handlanger König da war Ich hoffe das ist es auch so Aber es wäre dumm Wenn es nicht so wäre Und ich Ihr seht ja gleich Hoffentlich Es kommen noch sehr sehr viele Wellen Und deswegen finde ich das schon Ein bisschen erbärmlich Dass ich vorhin den Handlanger König Nicht bekommen hab Äh den Den Kombo König Nicht bekommen hab Weil es eben sehr sehr viele Wellen sind Ich weiß nicht was passiert Wenn ich jetzt sterbe Kommen dann Ein paar Wellen nochmal Oder ähm Kommen dann vielleicht gar keine Wellen mehr Weil jetzt quasi schon alles vorbei ist Ich weiß es nicht Ich hoffe auf jeden Fall Dass jetzt noch zwei Wellen kommen Sollte auch so sein Und wenn das so ist Dann Habe ich den Handlanger König Und dann ist alles super Dann ist alles super Und auch wegen der Energie Die droppen auch teilweise Humberfrüchte Ich weiß nicht ob die das jetzt schon mal getan haben Jetzt hätte ich ihn theoretisch auch nochmal bekommen Den Kombo König Also ihr seht ja Das ist hier durchaus möglich Auch ohne irgendwie Kämpfer oder so Aber ich hab's gerade einfach nicht geschafft So jetzt bitte noch eine Welle Und dann ist alles gut Dankeschön Dankeschön Leute wir haben Gold Wir haben offiziell Gold Und jetzt hier noch fünf Stück töten Und überleben Aber wir haben noch drei Leben Also daran sollte es nicht scheitern Im Endeffekt dann Also das sollten wir schon hinkriegen Wenn wir das jetzt nicht hinkriegen Dann sind wir erbärmlich Wir haben dann noch alle Spyobots Wenn ich den jetzt nicht vergesse Dankeschön Ich überlege gerade Ob ich den einfach leben lassen würde Also nicht den Spyobots Sondern den Typen hier Jetzt ganz vorsichtig Erstmal den töten Bevor irgendwas passiert Kommen jetzt noch welche Würde mich interessieren Jetzt dürften nämlich eigentlich Gar keine mehr kommen Gut So ich würde sagen Wir haben lange genug In der Episode gehangen Es geht ab Nach draußen Gold Einfach Gold There we go Fuck yeah So muss das sein Mensch Fortschritt Das ist richtig gut Ich weiß noch gar nicht Was ich mir für eine Partzeit aufschreibe Bei dem letzten Part Jetzt Ich schreibe einfach mal Random So Gut Jetzt sehen wir auch nochmal Wie es hier aussieht Mit Episode 14 Und wir sehen jetzt Vor allem hier Haben wir jetzt 71% Das heißt diese goldene Trophäe Hat jetzt 1% gebracht Denn gerade hatte ich 70% Als ich im Menü war Das habt ihr jetzt nicht gesehen Weil ich das rausgeschnitten hatte So Ich weiß jetzt nicht Wie es mit den Upgrades Für die Driftzeit aussieht Also Wie gesagt Drehzeit bekommen wir jetzt Auf jeden Fall noch 2 Einmal den Stern Und einmal unendlich Und bei Driftzeit Bekommen wir halt auf jeden Fall Auch noch einen Stern Aber vielleicht auch noch unendlich Ich weiß es nicht Wenn das der Fall wäre Hätten wir noch eine Fähigkeit Die wir bekämen Kann aber auch sein Dass wir noch 2 Fähigkeiten bekommen Ich weiß es nicht 610 Typen gepatscht Krass Ich glaube der einzige Den wir noch Patschen müssen Ist das Skoparilla Oder Das müsste genau In dem hier sein Sonst Obwohl Ne hier auch Sag mal hier Stings brauchen wir noch Ja und wir brauchen Noch noch Bärber Und Panzerfanten Was hatten wir da Gino Roller Gut wir brauchen noch einige Fällt mir doch auf Wir müssen noch einige haben Aber dieses Farming Würde ich sonst Auch irgendwann später Nochmal machen Offscreen Das muss ich dann Noch nicht unbedingt Mehr onscreen machen Mal schauen Aber es geht erstmal weiter Und das ist wichtig Das ist so wichtig Ja es ist immer In Calamityville Ah Endlich Was heißt endlich Aber ich weiß jetzt endlich Wann diese Episode kommt Und ich hab's auch vermutet Dass sie jetzt kommt Das ist Episode 15 Und da haben wir jetzt Ein Combo König von 20 Gut Bei Calamity muss ich Irgendwie immer an An Holy Ground Denken Von Sunrise Avenue Weil da Das Wort Calamity Vorkommen Was ich sonst Irgendwie wirklich Noch nie gehört hab Außer in diesem Spiel Deswegen hat mich der Song Andererseits auch Wieder an dieses Spiel Erändert Oh Gott Ich will nicht in Säure Ach da Ich muss da weiter Gut Auch mal gepeilt Da wieder Präzisionssprünge Machen die ich nicht kann In diesem Spiel Das Spiel Kennt mich mittlerweile Und leider Kenne ich auch das Spiel Ja dieser scheiß Wudo-Hase Ich hab so ein Hass Gerade gegen die Weil die Im Endeffekt daran schuld sind Dass ich jetzt so lange Da in der Episode Gehangen hab Weil die mich erstmal Immer so getötet haben Während ich Irgendwie versucht hab Die mit den Kämpfern zu verhandeln Und vor allem Haben sie mich einfach Jetzt richtig gefickt Mit dem Handlanger König Und Kombo König Handlanger König war ja Nicht das Problem Sondern der Kombo König Im Endeffekt Und das fand ich Nicht so geil Nicht so geil So hier kommt jetzt Die Stelle die ich meinte Wo ich dachte Dass sie noch In der letzten Episode vorkommt Aber die letzte Episode War ja an sich Eigentlich sogar Relativ kurz Muss man sagen Was ich aber auch Nicht schlecht finde Das muss man natürlich Auch nochmal extra erwähnen Das war sehr gut Dass die nicht allzu lang war Ich hau dir auf die Augen Kleines Oh Gott Benutze die Skoparilla Um alle Feinde zu besiegen Joa Warum nicht Ähm Ich meine ich hab hier auch mal So ein Kostüm bekommen Oder Also hier so Ein Kostüm für irgendwie So ein Heini In diesem Ding drin Weil ich stell mir grad die Frage In der Theorie Wäre es möglich Dass ich die Ähm Sachen Also die Titanium erfehlen Zum Beispiel der Skoparilla Dass ich die hier In dieser Arena Farme Wenn ihr das sicher wisst Dann schreibt mir das bitte Weil es könnte Wichtig werden Es könnte mir Sachen erleichtern Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel nochmal In die ganzen Episoden rein muss Um da die Skoparillas zu Patschen oder so Wäre es halt auch nicht mehr Wie ich das damals gemacht hab Dann wäre das nervig Und wenn ich das hier direkt Machen könnte In so einer Arena Wäre das halt geil Wäre das schon ganz praktisch Jetzt hätte ich schon fast Den Combo-König erreicht Jetzt haben wir hier noch Rhinoroller Super Vielleicht kommen wahrscheinlich noch Panzer Fanden Aber mit dem Skoparilla Ist man teilweise schon übermächtig Muss man schon sagen Aber das heißt teilweise Man ist übermächtig Man darf halt trotzdem Nur nicht sterben Die Gefahr ist durchaus da Bei so Manchen Gegnern Wie zum Beispiel Ein Panzer Fanden Wenn jetzt wieder kommen sollte Und uns flamen sollte Weil da kommt gerade keiner Jetzt kommen hier Matschdinger Gut Dann kommen wahrscheinlich Gleich auch noch Kämpfler Und äh Ne Ratzapfen Genau Die haben Special Attacks Die werden dann wahrscheinlich Schlimm werden Wenn sie kommen Das weiß ich noch nicht Gerade kommt keiner Da kommen sie Die Kämpfer Na klar dass sie noch kommen Ich habe hier bereits Groß angekündigt Nicht mit Freude Aber groß angekündigt schon Würde ich gerne töten Scheiße Ich habe mir schon Ich habe mir schon So eine kleine Kombi Gehofft Aber gut Ist jetzt auch egal 38 Sekunden noch Ja und wir haben schon wieder Gold Wollte ich schon sagen Gold haben wir in der Episode Leider noch nicht Dafür sind wir leider noch am Anfang Moment der war mal rechts Wenn denn da Es gibt doch mehr Es gibt doch mehr als erwartet Was nicht schlecht ist Lieber zu viel oder zu wenig Weil man in diesem Spiel Nicht zu viel Mojo haben kann Weil man am Ende Open End hat Weil sich kein Kreis mehr füllen kann Weil es keine Upgrades mehr gibt Und Kriegt man auch Kann man ja auch Einfach gar Gar kein Leben mehr bekommen Durch diese Durch das Mojo Oder Obwohl doch Das hat ja nichts mit dem Kreis zu tun Das hat ja nur mit der Zahl zu tun Ist auch egal So hier gibt es gleich Die geheime Voodoo Puppe Und hier habe ich ja damals Immer so ein bisschen Voodoo Hasis gefarmt Wenn man das so nennen kann Wobei ich das glaube Wobei ich glaube Das war nicht mal Absicht Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher Da sind schon wieder zwei In den Abgrund gefallen Die ich gerade eigentlich benutzen wollte Um hier einen Combo König aufzubauen Also das heißt auch so Um einen Combo König zu machen Was jetzt aber auch nicht Dramatisch ist Weil 20 sollten wir schnell bekommen Können wir jetzt auch noch mit denen bekommen In der Theorie Wenn ich gut wäre Bin ich aber nicht Hier habe ich ja ein paar Für den Handlanger König gefarmt Das weiß ich noch Und auf dem einen Pilz Da gleich kommt Auf jeden Fall Die Voodoo Puppe Ich glaube auf diesem Grün Stengel da Genau Ach da sind auch nochmal Voodoo Hasis Ja gut dann haben wir ja Will der eine nicht nochmal runterkommen Dann habe ich hier nämlich drei Mit denen könnte ich besser arbeiten Als mit zwei Gut wir haben den Combo König Wenn es jetzt dazwischen kommt Dankeschön Hervorragend Hier haben wir uns die Voodoo Puppe Äh die Konzept Ja doch Ist ja eine Voodoo Puppe Aber es ist vor allem Die Konzept Grafik Damit freischalten Die wir uns natürlich Da ganz am Ende angucken Auch wenn wir das Bereits beim Let's Play getan haben Aber Extras kann man sich immer wieder angucken Habe ich auch bei Twin Sanity gemacht Ich meine Dafür macht man das ja Um sie dann zu sehen Zumal ich bei Twin Sanity Natürlich damals Auch nicht alle gezeigt hatte Habe ich ja schon mal erwähnt Also ich weiß Ich weiß dass ich das hier gemacht habe Aber ich weiß nicht ob es nötig war Ich gehe einfach mal davon aus Dass es jetzt hier nicht nötig war Sollte es doch nötig gewesen sein Scheiße Kam jetzt nicht irgendeine fiese Stelle Ich weiß es nicht mehr aber Ich kann mich halt daran erinnern Dass ich diese Stelle da vorne Ganz oft gemacht habe Das heißt ich kann mir durchaus vorstellen Dass jetzt hier irgendeine fiese Scheiße kommt Ich weiß es nicht Wirklich nicht Werden wir sehen Der Electricity sollte aber noch nicht kommen Oder Der kommt doch eigentlich erst in Cortex und Uka Uka Das Verschlag da Oder Nina Cortex Ja gut Cortex fällt ja Fällt Nina auch drunter Ich werde das echt nicht mehr Was hier jetzt das Problem sein Nein du bist tot Gut du bist auch tot gleich Du bist tot habe ich gesagt Der fällt natürlich nicht in die Spalte Sondern fällt über die Spalte drüber Logik pur Dann kommt bestimmt wieder Matscher gleich Wenn er schon so ein Giftsee ist Doch hier war irgendwas Wirklich ganz ganz fieses Auf jeden Fall habe ich hier eine Freipatschmaske Die ich auf jeden Fall mal gerne Mitnehme Wenn ich dann rüberkomme Schnell rüberkomme Beeil dich Beeil dich Crash Beeil dich Ja ich bin tot Gut Wenn ich einmal in der Grütze bin Bin ich auch glaube ich für immer tot Also ich kann nur noch sterben Ich kann nicht mehr überleben War ich mir dann nicht sicher Aber ich ätze ja danach noch weiter Ja lass mich da wenigstens erstmal an Land kommen Sackrate Erspurt doch deine Scheiße Ich kann dich auch so jetzt übernehmen Das ist kein Problem Wirklich nicht aber Ich dachte eigentlich du wolltest mir hier noch so ein bisschen Hier in In einem Hit hier In einem One-Hit sei der tot Noch mehr Voodooha siehst Das ist süß Ich salte gerade links aus mir gespawnt Ich hoffe mal nicht Ich glaube da fällt einfach nur so ein Tropfen runter Gut Jetzt kommen wahrscheinlich mal ein paar fettere Gegner Ja Matsch Gut Den können wir easy übernehmen Ob sich das auch lohnt weiß ich nicht Aber ich werde es tun Bei dem sind wir ein bisschen flexibler Was heißt flexibler Was heißt flexibler Aber man kann halt Ein bisschen besser abhauen Sag ich mal Und generell finde ich Die Ne Stinkst jetzt nicht so prickelnd Also die muss ich jetzt auch nicht wirklich Haben wenn ich hier nicht unbedingt Ja ich sag mal so Für so ein Panzerfanten Oder so ein Scoparella waren hier glaube ich ganz gut Mit denen konnte man hier glaube ich ganz gut übernehmen Also ganz gut patschen Aber Naja ich muss jetzt nicht wirklich hier Länger mit denen kämpfen als nötig Wenn ich jetzt zum Beispiel Jetzt nicht hier gerade Irgendwie so ein Ziel abschießen muss Oder so Was gerade offenbar nicht der Fall ist Sehr gut Jetzt bin ich einfach in seine Kotze reingelaufen Konne ich nicht viel gegen tun Lass mich doch wenigstens auch noch die Typen übernehmen Flugrecht Reife Leistung Okay auch eine interessante Taktik Geht natürlich auch Aber kann gehen besser gesagt Ja okay bei denen muss ich wirklich drehen So schaffe ich das nicht Ein Leben haben wir noch Vielleicht mache ich es so Ich glaube jetzt ein bisschen Whisky Hätte man natürlich jetzt wissen müssen Dass jetzt hier wieder die Matsch kommen Das wusste ich natürlich nicht Das war wieder Äußerst ungünstig Ja da hatte ich wieder Glück im Unglück Das war wieder Glück pur muss ich sagen So Buzzy komm her Das ist penetriert So Jetzt kommen wieder schöne Voodoo Haar Siehst du dich wieder schön Catchen kann hier Kommt her Ihr Säge Kommt einfach her Ich vermute ja dass in den Kisten Da eine Wumperfrucht ist irgendwo Aber Die will ich mir dann für Crash aufsparen Weil ich ja für Crash brauche Ich könnte mal wieder ein bisschen Saft gebrauchen Vielleicht bekomme ich bei neuen Dingsbums auch wieder welche Bei 900.000 Das ist ja eine gratte Zahl Da bekomme ich bestimmt wieder ein Leben Oh jetzt zahlt ich das Kämpflagkostüm natürlich Es hätte sich ausgezahlt Was war das denn für eine geile Aktion man Die geile Aktion nützt mir irgendwie gar nichts Weil die Tut da blocken Sehr gut komm Jetzt kann ich den dann nicht mehr in den Boden abhauen Das ist nicht schön So Ah Wieso kommt denn hier wieder so viel Ihr nervt Ihr nervt einfach Dann merkt ihr das nicht Macht dann eine Scheiße Bevor ich den übernehme Dankeschön Sehr gut Der eine ist schon mal So So Das wäre ja noch nicht mein Freundchen Das wäre ein bisschen zu einfach Ne Und es kommen mal wieder neue Asis Was für ein Wunder Chillt mal euren Nippel Alter Ja und der macht direkt noch eine Attacke Was soll das denn Das war schön Das war wirklich schön Muss man ja mal so sagen Ich finde jetzt reicht es auch noch mal langsam Aber ich bekomme jetzt ein neues Leben hoffentlich Jawohl Dankeschön Ist das zufälligerweise tot? Nö Ist das gar nichts? Natürlich ganz nice Yes Genauso habe ich mir das vorgestellt Müssen wir nur aufpassen Das wäre jetzt ja auch wirklich Das habe ich schon fast befürchtet Aber im weiteren sollte es jetzt nicht so dramatisch sein Drehabstieg Okay gut Habe ich den irgendwie mal benutzt im Let's Play? Ich weiß es nicht Ich glaube nicht wirklich Ich hau ab Wenn ich noch Darf Dann halt nicht Wieso habe ich denn jetzt den Panzerfanten da? Das fände ich jetzt nicht so geil Ich würde ja driften Aber ich trau mich nicht Den könnte ich zwar nutzen zum Patchen und so Aber nee lass mal Ich habe nur Leben Ich versuche noch irgendwie durchzukommen Und das war es dann Ob ich noch durchkomme weiß ich nicht Aber dann weiß ich zumindest wie die Episode weitergeht Ne Und ich sag mal so Das hier lohnt sich ja sowieso nicht mehr Und ich meine da oben ist jetzt auch das Ende Das war nicht die Szene In die ich mich noch wie gesagt erinnere Mojo sammeln bringt in dem Kontext jetzt auch nicht mehr viel So was war das jetzt hier mit dem Drehabstieg? Den linken Analogstick drehen und Aktion drücken Der Part ist auch schon wieder ewig lang muss ich sagen Ich glaube ich beende den Part jetzt erstmal Ja bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss